Das kenne ich irgendwie auch. Okay. Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Ihr Alpha Patrol werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen und Singles. Brauchen sofort Hilfe. Gucka! Scheiße, Marsen hat erwischt. Wir brauchen Hilfe. Logo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Also scheinbar... Oh, 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 oh. Weg hier. Wir müssen in Deckung gehen. Auf dem Schuppen. Zwei vor. Fein bewegt sich. Los, Mann, ich geb dir Deckung. Lauf, lauf. Ziel eliminiert. Hier lang. Okay. Scheinbar lebt die 33. noch und wird von Rebellen angegriffen. Die Frage ist, äh, was wollen die Rebellen machen? Also, das Spiel wirft direkt zum Anfang. Nee, jede Menge Fragen aus. Oder auf. Mal gucken, was ist für Wenden. Mayday, Mayday, die Alpha-Patrol. Erbitten, sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich, ich glaube, Marsen ist tot. Sind sie verletzt? Ist noch jemand bei ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay. Ab uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Mach so ein verdammtes Ding! Wir haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Schalldämpfer. Kill sie, bevor sie ihn ziehen. Habe ich jetzt Schalldämpfer drauf? Ja, scheinbar schon. Oh, ich hatte den Schalldämpfer nicht draus. Das ist vielleicht nicht gut, was ich gerade gemacht habe. Oh mein Gott, da ist ein Raketenwerfer. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Scheiße, die Kerle geben nicht nach. Sie bewegen sich. So. Das ist gut gewesen. Oh, da kann ich auch nicht verletzt. Ich gebe dir Deckung, bitte. Schreiße, da kommt noch mehr aus dem Heck raus. Das war einer von den Gegnern. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ähm. Ja, das ist jetzt schlecht, wenn ich keine Munition mehr habe. Und wo sind die vor allem Ding? Ich sehe da oben ein. Okay, scheinbar ist... Entweder die Waffe ist sau ungenau, oder ich weiß nicht gerade, was ich machen soll. Nein! Okay. Das nächste Mal hole ich mir eine andere Waffe. Direkt das erste Mal, dass ich gestoppt bin, in der ersten Aufnahme. Wir haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. So. Kehlt sie bevor sie ziehen. Jetzt Schalldämpfer drauf machen. Ziel ist tot. Ziel wird geeliminiert. Los, weiter, aber unauffällig. Oh. 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 Vorsicht, Kontakt! Schack doch! Drackfläche! Magazinwechsel! Die Moruso-Rustern! Okay. Einer weniger! Man kann wohl mit denen sehr gut schießen. Feind mit Schrotflinte unterwegs! Passt auf! Feindrück legt mich doch! So. Schön! Rein, 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 rein. Gut. Schön. Weiterlaufen, 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 weiterlaufen. Wo kann ich denn jetzt ablesen? Da waren welche Hier kommt man mit sehr wenig munition aus muss ich sagen Im Gegensatz zu anderen Spielen Das finde ich sehr erfreut Weil ich habe keine gute Waffe Die hat noch wenig Schuss Oh Scheiße, die sind im Flugzeug Seid achtsam, die könnten überall sein Ich würde sagen, ich wechsle mal auf die AK Oh, Schalldämpfer gibt es nicht, aber Es gibt verschiedene Modi Scheiße, wir müssen in den Durchgang So, runter hier Und bleib liegen Fein Scheiße, wir sind unter schweren Beschuss Äh Ja, wo ist denn der Beschuss? Der Beschuss Der Beschuss Ey, was machst du denn hier? Okay Gerade wohl Leck Bedrohung eliminiert Bedrohung eliminiert Ich bin unterwegs Oh Mist Boah, wieso sehe ich die immer nicht? Das ist so bescheuert Okay Okay